Heute ist der Tag, an dem sich der Verlauf des Kampfes entscheidet. Die Epidemie, die diese Stadt heimgesucht hat, wird bald beendet sein. Wissenschaftler scheinen nun endlich die Lösung gefunden zu haben, uns davon zu befreien. Ihr Proband ist ausgebrochen. Er muss hier irgendwo sein. Runter damit. Sofort! Zwölf Jahren wurde ich von den Menschen gefangen genommen. Nun sind Vampire und Lykaner die Gejagten. Wenn wir als Spezies überleben wollen, müssen wir uns gegen die Menschen stellen. Da ist noch etwas ausgebrochen. Sie ist das einzige Hybridkind, das jemals existierte. Die Menschen und die Lykaner werden sie mit allen Mitteln jagen. Sie sind hier. Lykaner! Sie haben etwas geschaffen, das doppelt so groß ist wie jeder Lykaner, den ich je gesehen habe. Was auch immer sie von ihr wollen, es lohnt sich offenbar dafür zu sterben. Deine Art wird niemals so stark sein wie unsere. Egal wie hart du kämpfst. Sie kennen mich nicht wirklich. Sie haben eine große Herausforderung. Wie ist das?